Ich betrachte mich persönlich in erster Linie als Geschichtenerzähler. Ich liebe es, mich Musikern zu arbeiten. Ich liebe es, Musik zu machen. Ich liebe die Knappheit der Story innerhalb eines Songs. Da geht es nicht um ein langes Solo, da geht es nicht um lange Instrumentale, oder Zusammenspielen, da geht es um die Songs. Endlich gibt es ein Beispiel, dass es nicht nur über dem großen Teich gibt. Mit den echten Geschichten erzählen. Wir Frauen sollten uns keine Wohltat schuldig bleiben, nicht wahr, mein kleiner nackter Schatz? Ja, macht es erlöst in Olga Prochaskas Seele. Jemand als Trostmarie machte eine Landpartie mit Bier im Revier nah von mir. Ein Inspektor kommt gegangen, schießt mit dem Revolver ins Gebüsch. Wenn ich diese Hund erwisch, keine Chance, die zu fangen, sagt er am Kaffee aus Tisch. Und ich schweige wie ein Fisch, rufen sie, ihr Peno, sagt er, rufen sie bei Nacht. Aus Marie! 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 Untertitelung des ZDF, 2020